Hallo zum Ruhr-Nachrichten-Talk der Sportredaktion Dortmund. Zu Gast haben wir heute Hannes Wolf, Trainer des Zweitbundesligisten VfB Stuttgart, aber natürlich sehr gut bekannt hier in Dortmund, Trainer des ASC, zusätzlich auch Trainer der U19 von Borussia Dortmund und jemand, der auch schon die Hallen-Stadtmeisterschaft gewonnen hat mit dem ASC damals als Trainer und Spieler. Welche Erinnerungen hast du an die Hallen-Stadtmeisterschaften? Ja, nur gute. Ich durfte dreimal mitspielen, dreimal da coachen. Und ja, außer dass ich ein bisschen zu selten da war, ich hätte es gerne öfter gemacht, waren es fantastische Erinnerungen. Wir hatten natürlich eine super Mannschaft in der Halle damals, sind Dritter, Zweiter, Erster geworden. Das Ganze, wie das eingebettet ist in Dortmund, die Fußballszene, das Interesse, das Wachruf, die Atmosphäre, wenn du da spielst, wenn du dabei bist, aber auch dieses Zusammentreffen mit den anderen dort in der Verein, was damals immer sehr friedlich abgelaufen ist, sehr freundschaftlich. Das war eine riesengroße Freude und eine große Bereicherung für die Fußballkarriere. Ist es wirklich dieses Familienfest der Amateurfußballer, von dem immer alle sprechen? Ja, im Spiel jetzt nicht, weil da geht es dann schon ab und man will natürlich da auch gewinnen. Aber ansonsten war es damals zumindest alles, wo ich dabei war, total friedlich und auch freundschaftlich. Sehr, sehr respektvoll und es war ein großes Zusammenkommen der Vereine und genauso soll es auch sein. Ist es ein besonderer Zauber, vielleicht sogar noch größerer als in der Meisterschaft? Na, die Meisterschaft, das war immer so und das wird auch immer so sein, das ist für mich das Wichtigste. Auch damals mit Ablerbeck würde ich jetzt keinen Titel draußen eintauschen gegen die Hallenstadtmeisterschaft. Aber es ist eine besondere Veranstaltung im Winter, die so ein Alleinstellungsmerkmal hat in der Phase, weil sonst auch nicht so viel stattfindet an Fußball. Und es bedeutet den Spielern unendlich viel, den Fans auch der Vereine, den Zuschauern. Und deswegen steckt eine ganz besondere Energie da drin. Wie viel Zeit hast du eigentlich überhaupt noch, um dich zu informieren, wie es bei den Hallen-Fußball-Stadtmeisterschaften abläuft? Ja, wir werden jetzt dann in Stuttgart wieder starten, deswegen die Endrunde jetzt nicht so richtig mitkriegen. Zuletzt war ich auch im Urlaub, deswegen ist das natürlich weniger geworden. Aber ich kenne auch viele Leute, wobei viele haben auch schon aufgehört. Da merkt man das schon ein bisschen her, dass wir da aktiv waren. Aber dieses Interesse daran ist natürlich immer da und wird auch immer da sein. Wem drückst du die Daumen? Ja, natürlich immer dem ASC, weil die drei Jahre, die ich da leben durfte, die waren natürlich total außergewöhnlich und sie waren ja auch die Basis dafür, dass man dann so einen Weg weitergehen durfte als hauptamtlicher Trainer und überhaupt, dass ich in Dortmund arbeiten durfte. Und ohne das wäre natürlich auch der Schritt jetzt nicht möglich nach Stuttgart. Deswegen drücke ich da immer die Daumen. Wobei dann nur noch Rafik. Rafik geht ja wieder zurück, Rafik Kalim. Da ist nur noch ein Spieler, den ich noch trainiert habe. Aber grundsätzlich ist das natürlich schon mein Verein. Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.